Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Station is Vulcan Yabal. Leute, die Basis ist schon wieder hochgegangen. Diesmal haben wir aber keinen Grund gefunden. Ja, ja, erst eine Folge passiert ist und ich in der letzten Folge auch viel geschnackt habe, haben wir schweren Zertens, das dann und ich noch mal macht und noch ein drittes Mal machen. Das ist alles. Ja, das ist so. Also wenn ich heute jetzt die Offline gehe, dann speichere ich das auch, damit ich das jetzt erst mal fest mit habe. Sollte das noch mal unerklärlich passieren, dann werde ich das Passwort ändern und mit den Leuten noch mal schnacken, ob irgendwie irgendwo. Es sind so die kleinen Nuancen. Heute stand ich auch da mit dem Stunner und der Stunner schreddert, wie ihr schon in den Folgen gesehen habt. Einfach so eine Flasche, wo noch 18 Kilo Pascal irgendwas drin war. Boom, zack. Gleich Feuer, Flammen in der Basis wieder alles scheiße. Also das sind so tatsächlich kleinste Kleinigkeiten, die hier das zum, ne, Optik und Fall sozusagen, ne, wirklich kleinste Sachen. Der Chief, die läuft, ja, ich hab die, der läuft jetzt auch schon wieder über PID. Ja, der ist jetzt hier am Stüssel und fährt hier rum. Er produziert 5,6 kW tatsächlich, steuert sich also so ein bisschen. Wir nähern uns den 50 Prozent. Und damit machen wir die Bude zu. Das ist präzise genug. Der schaltet sich auch aus, wenn wir wieder Solar kriegen sollten. Und, ja, läuft jetzt. Hier oben läuft da, die 18 bedeutet was? Die 18 bedeutet nicht Grad. Die 18, ach so. Das ist die Geschwindigkeit sozusagen. Diese Linie und diese Linie, die sind jetzt quasi gleich. Ähm, die Power Generation Linie. Es sinkt also noch, weil wir noch, äh, unter 50 Prozent sind. Aber wir können ihm ja wieder seinen alten Wert geben. Das liegt an ihm hier. Er muss jetzt hier hoch, weil wir haben ja den Power Generation Wert. Da sehen wir das unmittelbar. Zack. So. Zack. Zack. Und jetzt sollte oben wieder die Kühlpumpe sein. Genau. Die halt ihren Lauf hat. Und unten ist halt Power Generation. Ähm, er sollte das jetzt ganz leicht aussarieren, dass er auf 50 Prozent Eingang-Gleich-Ausgang hat sozusagen, ne. Ganz, ganz sann. Ja. Und je dichter wir dran sind, desto feiner justierter ist halt PID-Regelung. So. Das läuft. Zack. Da haben wir jetzt unsere Kühlpumpe, die jetzt hier ihre Kühlaufgaben macht. Wir haben hier unseren Pipe Analyzer, der Pipe Analyzed. Ähm, ich bin dabei auch hier oben umzubauen, dass wir hier oben Zeugchen kriegen. Äh, sprich den, den Sauger. Ich glaube, ich habe hier die Tür auch umprogrammiert. Ähm, also auch das schon gemacht. So, und jetzt sollte, jetzt sieht er hier, ne, 517 Watt. Ja, und jetzt versucht er sich natürlich die ganze Zeit anzupassen. 49 Prozent. Ja. Und jetzt arbeitet er das quasi an die 50 Prozent an. Ja, er arbeitet das an die 50 Prozent an. Und, ja, er gleicht quasi die Differenz zwischen ihm und ihm quasi aus. Also, er versucht, den hier in der Mitte auf 0 zu halten. Das ist so sein Ziel. Er versucht, den auf 0 zu halten. Ja. Wir wollen nicht ganz bringen. Beziehungsweise, der plus der plus der plus der ist gleich der. Aber das mit der Differenz hat ja auch noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Da ist noch irgendeine Störgröße drin. Ja, weil wenn wir, ja, obwohl wir 5,5, plus 0,7, also plus 1 Grad, ja, macht 11,5, also das passt zumindest schon mal. Die oberen Anzeigen sind die linke Anzeigen. Die Verbrauchsanzeigen sind irgendwie ein bisschen komisch. Nein. Auf jeden Fall arbeitet er, dass er hier nicht auf 0 ist. Das ist so sein Ziel. Also jetzt gerade nicht. Jetzt lädt er ja die Batterien auf, weil er ist jetzt bei 49 Prozent richtig. Dann könnte das ja tatsächlich stimmen. Denn wir sind hier bei 49 Prozent. Solange wir bei 49 Prozent sind, lädt er ein bisschen, also er lädt ja die Batterien so lange auf, bis er 50 ist. Ja, das habe ich gemacht, ja. Ja, dann erstmal hallo und herzlich willkommen, falls ihr das noch nicht gesagt habt. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, die Basis, die on Action, der GFG läuft. Wir haben jetzt Strom über PID. Damit ist jetzt erstmal sichergestellt, ich habe auch das mit dem Tank, was wir gestern, oder was wir in der letzten Folge gemacht haben, wieder reingedönert, sozusagen. Wir warten jetzt auf die Power-Banane. Er hat sich irgendwie für heute Nachmittag angemeldet, frühen Nachmittag. Hatten wir uns eigentlich so ein bisschen verabredet, so hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, die Power-Banane ist aber noch nicht da. Ja, also die Power-Banane hat theoretisch gleich Zeit für uns. I hope er kommt gut nach Hause. Grüße gehen raus. So, ja, derweil können wir hier eine Aufnahme rumklucken und uns unsere Basis angucken. Unsere Basis sieht eigentlich stabil aus. Geht ihr das? Die Anzeige sagt, dass wir 1000 Abgas haben. Er sagt, dass wir 1,66 haben. Wer hat recht? Wo holt die Anzeige, die 1000 hin? Hier redet ich von ihm. PRG Waste in. Wer macht denn das? Wer ist denn dafür verantwortlich? Ja, das kommt nämlich eher hin. Das hat sich ein bisschen bewegt. Gut, okay. Also warum war der aus? Den ausgemacht. Ja, also ich werde, wenn ich hier heute gehe, dann werde ich definitiv speichern. Und jedes Mal, wenn ich jetzt zocke, werde ich mir jetzt erstmal angewöhnt zu speichern. So lange, bis ich der Meinung bin, dass es wieder läuft. Warum war der aus? Das ist ja auch wieder ein Rätsel. Aber, das ist so ein alter Spielstand. Vielleicht war der einfach raus. So, guck mal hier. Er hat seinen neuen, genau. Er hat seinen neuen Druck und ist alles gut. Ja, dann haben wir das jetzt erledigt. Noch so viel zu tun. Es wurde mir zugetragen, dass der Toolmaker dringend zu funktionieren hat, sozusagen. Jetzt denken wir mal kurz über den Toolmaker dringend zu funktionieren. Wie hat es denn mit dem Toolmaker zu funktionieren? Ich denke, wir brauchen da nur ein IC. Wir müssen das ganze Toolmaker. Ich denke, wir müssen das anschauen. Ich denke, wir müssen das also. Ich denke, wir müssen das Ganze passieren. Was ist hier ICAF-3? Was ist das? Der ist leer. ICAF-TM-Order können wir da reinschreiben. So. ICAF-TM-Order. So, jetzt müssen wir... ...wo müssen wir den überall implementieren? So, wo müssen wir den überall implementieren? Die Frage. Wie geht es hier? Ele ist hier. So. Wollen wir hier sowas? IC, AF, T, M, Ola. So. E, V, T, M, T, M. So. Jetzt müssen wir hier ein Jump Rezept anfügen. Hier noch ein TM. Und den da rüber. So. Noch irgendwas. So. Das konfirme ich schon mal. Und hau das in dem Delivering. Export. So. Der Deliverer weiß Bescheid, dass es den gibt. Jetzt muss ich die Sorter die Sorter gestalten. Ich muss noch eine Geschichte, glaube ich, noch machen. IC, Sorter. Edith. Oratm ist schon da. so nicht wie sondern oder gm gm oder settings um oder tm rtg oder tm rtg tm geht schon ja tg tm ztv setting 7 jall soon Touch Network, ROH, ACAF Order S, Steering 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, wer fehlt denn da, der ist da schon mal, ICAF Sorta S, ICAF Sorta S, so auf Ingrid, so auf Stil. So auf Ingrid, so auf Stil, so auf EP, so auf PP, so auf AL, so auf EP, so auf PP, so auf MAAL, so auf MAAL, haben wir den hier auch, so auf MAAL, So, das confirmere ich und exporte es. Wir haben hier mit so auf, 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 NA. So, damit haben wir das nämlich auch gelöst. so das sind die zwei wir haben also die richtung und wir haben die order geschichte und jetzt machen wir den toolmaker bringen wir am start so dann nehmen wir uns den ip importieren wir jetzt suchen wir uns den tm und passen das an da 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 set toolmaker d0 tm gut dann haben wir das so dann können wir das konfirmen ach nee wir können das nicht können wir müssen das noch durch so beziehungsweise ja ja wir konfirmen das und befinden von den export 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 so und jetzt müssen wir den toolmaker finden so freunde die toolmanifactory ist theoretisch angeschlossen jetzt werden wir uns das praktisch einmal kurz angucken jetzt haben wir nicht mit dem konsolmonitor ausgestattet warum denn nicht ja haben wir noch eine da ja also es war wunsch meiner mitspieler dass die toolmanifactory funktioniert wegen den werkzeugen und so dann machen wir das doch das ist ja ne soll ja meinen mitspielern gut gehen soll da nichts mangeln das ist ja So. Hab ich mir fast gedacht. Heavy-Cable, da hat sich nicht schon Heavy drin. Schlecht, er spricht. So, Karte, 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 was wisst ihr? Die liegen jetzt einzustellen. So. Mein Schrank. So, sehr geehrte Damen und Herren, wir gucken, was hier so drin ist und ordern schon mal das, was da drin ist. Wir haben hier drin. Iron, Gold, Cooper, Steel, Silver. Da ist ja wirklich alles drin. Ich glaube, es ist ein Leid brauchen, oder? Ja. 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 Es muss nicht immer der teuerste und noch ein Backpack und dies und das und tausend Dinge. Ja. Ja. Das könnt ihr ein bisschen, was müsst ihr auch für eure eigene Basis produzieren lassen. Ehrlich. Ne? So. 500 Eisen, 500 Cooper, 300, 500 Soldat, 400 Silizium, 300. 300 Waspeloid. 300 Waspeloid. 300 Waspeloid. Wozu brauchen wir Westpeloid? Und warum? Und warum waren die 314? 8 Waspeloid. 8 Waspeloid. 8 Waspeloid. 8 Waspeloid. 8. Wir haben 300 da drin. Hier kein Waspeloid. Auch kein Waspeloid. hier auch keine was bei loy das verstehe ich nicht warum hier einfach mit dem material rin 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 scheitz egal immer rin warum sind da tausende oder über tausend ressourcen drinnen ne über 2000 ressourcen sind da drin in der toolmanifactory die wir nun wirklich nicht jeden tag brauchen au mann also das ist verschwendung vor dem herrn im quadrat wenn wir unsere ganzen ressourcen alle in toolmaker stecken dann brauchen wir uns nicht wundern warum wir den resten den basen nicht fertig kriegen ja weil die ganzen ressourcen im toolmaker ja rumliegen müssen ich sag mal so ich hätte da verstanden wenn er so 80 westerleut drin sind so ist dir leid mein gott dann sind da mal aber 314 westerleut ich meine westerleut da muss der ofen richtig viel schwitzen ja da muss der 50 mega pascal haben da geht der ofen ans limit sozusagen vom druck und solda ist genau die kehrseite bei solda muss er so kalt sein meine silizium drauf geschüssen haben wir genug obwohl es ja eigentlich gar keinen sinn macht da die 100 silizium drin zu haben 400 silizium macht den pipe wenn er viel mehr sind das ist so und allen macht in der autolade viel mehr sind oder auch im pipe wenn da machen wir hier die platten draus ja das ist halt einfach so also dass beim besten will nicht heute beim besten willen stehe ich nicht will ich nicht verstehen ist man kann auch übertreiben aber ich weiß wenn man hier auf server kommen dann wird man schnell verschwenderisch weil man muss ja nichts dafür tun vielleicht mussten andere dafür sehr viel tun und dass da jetzt alles raus also das ist mir too much gut gut das ist mir too much also das ist maßlos über sie hinausgeschossen maßlos so guck mal hier iron 8 gramm packen wir hin gold 73 völlig in ordnung electrum meinetwegen stellite super ja nickel ja meinetwegen auch wenn man das will weiß ich nicht ob man es da drin braucht silver kann da auch wieder rein das ist in ordnung konstantan da kann ja ruhig alles drin sein das ist mir völlig gleich aber nicht materialberge müssen da jetzt nicht drin rumliegen in meinetwegen hast du neu aber das ist zu viel das ist zu viel 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 ok so ja dann machen wir da vernünftige ressourcen management alles wird schön muss man nicht so maßlos übertreiben was soll das 50 50 50 50 weiß ich nicht 50 50 50 und ich sag mal so ab hier 30 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 und 30 so das konfirme ich aber das was wir jetzt da haben auch schniefi alter ich ja also so ist das gibt gewisse dinge die sind halt einfach so also ganz so verschwenderisch nicht auf meiner basis ja auf anderen basen gerne wenn die ressourcen selber besorgt wurden aber ich würde schon gerne steuern wie viel in den kisten hier drin ist damit wirklich die ressourcen in den tanks zur verfügung stehen für alles was man machen möchte ja das ist die bittere wahrheit so der steht auf 500 den stellen wir jetzt das mal um 50 50 50 wasbaloi oh hab ich zugemacht drin 50 stahl drin 50 50 so jetzt ist das super können wir das hier exporten jetzt bestellte sich nickel wir können hier diese dieses ressourcen drama endgültig lösen indem wir hier in dem pipebänder isoliertes rohr brauchen wir da relativ viel so kommt das da wieder zu in die autolays kommt natürlich der stahl und hier kommt natürlich hat geklappt hat geklappt und hier kommt natürlich das kupfer rein völlig klar was wir mit dem ganzen wasperleu anstellen wollen gott weiß was aber vielleicht habe ich es auch selber reingetan das ist halt so aber irgendwie keine ahnung das hat mich getriggert gerade so leute das hat mich gerade getriggert so guck mal hier 49 prozent der tucker so fröhlich vor sich hin 1742 ist ok so 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 haben wir das auch jetzt endgültig abgehakt mit dem toolmaker toolmaker sollte jetzt für alle sozusagen einsatzbereit sein obwohl kommt in ort punk so soll das sein ja ja so soll das sein jetzt könnten wir noch und das werde ich offline machen diesen 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 overflow von den ressourcen die müssten wir jetzt irgendwann wieder implementieren sozusagen das wäre natürlich ein ding wenn wir das wieder hinkriegen das wäre toll juli freunde wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß ja auch wenn ich meine eigenheiten hier so habe aber das ist wie das ist das hat ja jeder und ja tschüssi freunde daumen hoch nicht vergessen ne tschau